Hallo, ich bin Angelina Schmücker und das ist mein Amphorenmüller-Turgau. Der Müller-Turgau ist in der Amphore ganz normalen Most vergoren, das heißt, er wurde erst gelesen, dann in der Presse wurden die Trauben gepresst und dann ist der Most in die Amphore gekommen zum Gären. Er ist spontan vergoren und ist im Gegensatz zu meinem anderen Müller-Turgau etwas filigraner, eleganter, vielleicht auch ein bisschen fruchtiger und zeigt einfach, dass Naturwein auch unkompliziert und einfach zu trinken ist.